Wer nicht zuhört, kann auch nicht überzeugt werden. Das ist eine der wichtigsten Botschaften, die ich meinen Teilnehmern mit auf den Weg gebe. Wer nicht zuhört, kann auch nicht überzeugt werden. Mein Name ist Michael Mösslang, der Hitchcock der Präsentation. Was bedeutet dieser Satz, wer nicht zuhört, kann auch nicht überzeugt werden? Nun, wenn Sie selbst präsentieren oder an Präsentationen teilnehmen, kennen Sie das vielleicht? Nicht. Tagträume, Laptop, Smartphone, die Ablenkung ist nie weit und die meisten Teilnehmer sind kaum durchgehend aufmerksam. Umfragen haben ergeben, dass 97% aller Präsentationen aus Sicht der Teilnehmer nicht spannend genug sind, um wirklich aufmerksam zu bleiben. 97%. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihre Führungskräfte, spannender präsentieren könnten und das auch sollten. Denn darauf kommt es doch bei Präsentationen an. Erstens, wie kann man die Aufmerksamkeit hochhalten? Zweitens, wie schaffe ich es auch in kritischen Situationen, Teilnehmer zu überzeugen? Und drittens, idealerweise, wie bereite ich eine Präsentation effizient vor und präsentiere sie auch effizient? In meinen Seminaren in Firmen oder Organisationen und in meinen Coachings von Vertrieblern, Führungskräften, Managern geht es genau darum und darauf trimme ich sie. Und ich lasse mich übrigens selbst auch daran messen. Ein Seminar ist zwar keine Präsentation, aber meine Teilnehmer langweilen sich nie. Das sage übrigens nicht ich, das sagen natürlich die Teilnehmer selbst. Daher auch der Hitchcock der Präsentation, benannt nach einem meiner Bücher. Denn wie kann man in einer Business-Präsentation die Sache so spannend machen, dass die Teilnehmer gerne zuhören, um sie letztendlich zu überzeugen? Und ja, das geht. Das geht sogar relativ einfach. Und zwar ohne, dass man extra eine Schauspielerausbildung machen muss oder Gagschreiber braucht oder aufwendige Computeranimationen oder technische Tricks. Ich selbst habe rund 1500 Präsentationen, Vorträge und Vorlesungen gegeben, Seminare nicht mal mitgezählt. Ich baue also auf auf einem riesengroßen Schatz an eigenen Erfahrungen vor den unterschiedlichsten Publikum, online wie offline. Studenten oder Einkäufer, superkritische Manager oder riesengroße Gruppen. Wenn Sie also Ihre Präsentationen oder die Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte verbessern wollen, dann sind Sie bei mir richtig. Dann sprechen Sie mit mir über ungenutzte Potenziale, darüber, wie man Ihre Präsentationen spannend machen kann, damit Sie letztendlich Ihr Publikum auch überzeugen. Ihr Michael Messlang Wenn Sie diese oscillation fragen, dann setzen Sie mit mir zurück. Ihr seul Klingtoto? Vielen Dank.